Moin Bücherfreunde, es ist Weihnachtet, ja, auch an der Buchhandlung klicken bei euch mit Spieluhr. Lauschen nur noch einen kurzen Moment, es sind verklingenden Klängen und dann rede ich gleich weiter. Weihnachtsmanniköte Trapsen, also auch bei uns Weihnachtet ist natürlich irgendwann, ja, ist ja klar, kann man nie mal vorweg laufen, 24. Dezember, wie jedes Jahr, überraschend, Weihnachten. Wir haben hier auch so ein bisschen was aufgebaut, für Erwachsene, für Kinder, zum Advent, ein paar Kleinigkeiten, man kann die Klassiker finden, so wie von Sven Nordquist, morgen Findus wird es was geben, natürlich, jedes Jahr immer wieder toll, oder hier diese tolle Gesamtausgabe, Weihnachten mit Astrid Lindgren, ganz viele schöne klassische Vorlesegeschichten mit tollen Bildern drin. Also, man kann aber auch moderne Bilderbücher finden, Mamamoo haben wir dabei, oder das große Weihnachtsbuch hier von Mauri Kunas, auch sehr schön, kennt vielleicht jemand, wo der Weihnachtsmann wohnt, ganz tolle Geschichte. Also, wenn ihr Lust und Zeit habt und dann endlich mal so richtig in Weihnachtsstimmung seid, dann besucht uns doch hier in der Buchhandlung und schaut euch in unserer wunderschön dekorierten Krippe um. Es wird dich lohnen.